was zu trinken heute schon wieder vergessen gerade hallo meine lieben es ist mal wieder zeit ich zeige euch ein paar tauschpakete die so in den letzten wochen bei mir reingekommen sind ich habe es jetzt immer so gemacht dass ich einfach so 1 2 3 wie viel auch immer so ein trudeln hier sammeln und ihr euch so ein bisschen gesammelt zeige einfach deswegen weil ich ja nicht mehr so oft videos hochlade und sonst würde es manchmal was weiß ich zwei drei woche hintereinander nur tauschpakete geben und das ist ja auch so ein bisschen red und wir lieben auch die abwechslung wie duft nasen von daher dachte ich mir mache ich mir immer ein bisschen was längeres video ich hoffe ihr kommt damit klar aber eigentlich schreit ihr immer nach langen videos und zeige euch hier einfach gleich zwei pakete diesmal genau ich würde sagen fangen gleich an ich habe gar nicht so viel vorab zu berichten zu erzählen zu erläutern wir fangen einfach an wundert euch nicht das eine paket habe ich schon ausgepackt und verräumt weil ich brauchte das paket ich brauchte das paket um ein paket zurück zu schicken ja irgendwie ich hatte keine kleinen pakete mehr ich weiß auch nicht was da los war aber irgendwie war das mal ganz kurz ich bin gleich wieder für euch da ich muss mal was klären so ihr lieben da bin ich wieder alles gut ne alles gut wir fangen jetzt an hatte ich irgendwas zu erzählen ne eigentlich nicht ja genau ich habe es hier in so einfach in so ein plastik dings reingetan damit ich alles zusammen habe was im paket drin war habe ich irgendwas rausgenommen ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr also erst mal vorab ich habe mit der lieben jesse getauscht sie hatte mich angeschrieben und war so süß und wollte was was wolltest du mir denn schicken ich glaube du wolltest mir einen flautenduft schicken oder hattest du das gesagt ich weiß es gar nicht mehr es ist schon so lange her und dann irgendwie keine ahnung sind wir dann sind wir da auf dem deutschberg gekommen wie das manchmal so läuft wie es manchmal so läuft ich weiß gar nicht ob ich jetzt was raus genommen habe es kann sein dass noch etwas zu naschen drin war was jetzt nicht mehr drin ist weil ich dann tut es mir sehr leid aber da waren das grundbedürfnis von mir größer ich weiß es ich weiß es jetzt aber nicht mehr genau wie gesagt es liegt hier auch schon ein paar wochen weil ich hier noch im urlaub war und so und ich zum drehen gekommen bin ihr möget es mir verzeihen und liebe jesse mag es mir für total merkwürdig das zu sagen weil ich auch die jesse bin also von daher bin ich immer so kurz stocke bevor ich deinen namen sage das hat nichts zu heißen ist nur so komisch weil ich immer denke ich habe ihn wie selbst so ihr lieben sie hat mir auch eine total süße süße karte geschrieben wie gesagt der tag der text ist selber für mich der gehört mir der geht euch ja gar nichts an aber die karte total niedlich oder fand ich jedenfalls total süß und genau wir haben getauscht ich habe hier auch ein beutel voller voller leckereien ich weiß dass dieses teilchen hier sich der räuber sofort schnappen wird er steht auf diese schokolade am stil ich weiß auch nicht was kinder damit haben er steht da drauf da weiß ich dass ich davon nicht abkomme das kriegt die mama ganz eindeutig ich liebe auch so ein chai tee könnte ich mir heute eigentlich auch noch gönnen vielleicht heute einmal gucken ich liebe chai tee und ich finde den von krüger echt lecker den habe ich auch zu hause weil ich stehe auf den wenn man so ein hieper auch was süßes hat und aber irgendwie vielleicht nicht so die zeit um jetzt großartig hier einen aufzufahren noch kuchen zu holen so ein chai tee ist mega und dann habe ich noch tee und zwar diesen frio tee kennt ihr den das ist den kannst du mit kaltem wasser aufgießen und dann hast du halt wie so ein eistee mag ich super gerne und noch so ein bisschen normalen tee geraffelt ja tee geht bei mir immer ne ich bin immer am teetränken keine ahnung sommer wie winter ich kann ich immer nur wasser trinken das steht mir irgendwann bis hier und trinke lieber so einen leckeren tee ok out of topic wie dem auch sei vielen lieben dank schon mal dafür ah genau ist ja auch noch was also wie gesagt ich hole das jetzt hier alles ein bisschen random raus weil ich sehr wie gesagt auspacken musste weil spagett auch ich habe nur große man kauft nur großartig bis der bescheid mir keine ahnung ich weiß auch nicht was da los war warum manchmal steckt man nicht drin jedenfalls habe ich hier total cool eine sheet mask mit kaviar das sieht sehr unheimlich aus nourishes and conditions your skin give your skin a boost ist er wirklich guck mal das sind so kamie eiern oh mein gott was machst du mir an die sieht so freaky aus ich bin so gespannt ich teste sie natürlich nur von einfach mal ganz abgesehen ich stehe auf so ein schnellere dudes von woher ist die denn ist die made in korea weil hier sind so schriftzeichen drauf oder es ist einfach nur man weiß nicht mehr man weiß nicht steht ja aber auch nicht wo die body hergestellt wurde natürlich irgendwo stehen aber ich finde jetzt nicht mehr made in prc was ist prc hat jemand eine ahnung was prc ist wenn ihr das wisst schreibt es mir gerne mal in die kommentare das ist ja mal spannend ne ich habe keine ahnung ja aber die maske ist cool oder mit kaviar ich meine wenn jetzt keine fischeierchen draußen aber wahrscheinlich hat das irgendwo mal daneben gelegen oder so sehr interessant ich bin very very gespannt vielen lieben dank ihr wisst ja ich mag masken gerne so ihr lieben dann widmen wir uns mal den duft dies und natürlich als erstes wo ich mich mega drüber gefreut habe ja ich liebe diesen duft einfach der graduation es ist ja einer meiner absoluten favorites er ist auch im club ich liebe diesen duft hat er dir nicht so gut gefallen ich gehe jetzt mal davon aus aber der ist so weich cremig holzig bisschen parfümlich kuschelig man riecht so dieses vintage leder oder wild leder keine ahnung und so eine so eine raue ruffe note ist noch mit dabei ich liebe diesen duft im schlafsemester der absolute knaller weil er so kuschelig und gemütlich ist ich liebe ihn einfach so sehr der graduations einer meiner absoluten favorites von sensi und wie gesagt ist auch schon eine ganz ganze weile in meinem club seit die le letzten sommer glaube ich erschienen ist ja die gitter und die gitter und die schrauben dann habe ich von ihr bekommen den frühling in japan und ich meine der name der name schreit schon erst mal meinen namen bist du bereit frühling in japan ja und der duft ist auch so aber das ist für mich auch für diese cherry blossom note ich habe keine ahnung was drin ist aber der riecht für mich nach der pudrigen leichten feminigen parfümigen cherry blossom note und ich finde den traumhaft schön frühling in japan oh mein gott ist der schöner also wenn dann die dennoch mal als custom rausbringt dann wisst ihr wer zuschlagen wird ne der ist so 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 schön ich weiß noch gar nicht soll ich im wohnzimmer dürfte weil er so schön ist aber eigentlich ist ja auch so ein spa duft dass er mich für mich total gut ins badezimmer passen würde wir werden sehen ich ich werde eine lösung finden der frühling in japan wunder wunderschön dann haben wir hier den raspberry es ging um den raspberry tulips von dem hattest du mir erzählt jetzt wo ich den sehe du meinst ist ein schöner tulpenduft ne jetzt jetzt kommt langsam leute leute es kommt wieder ist auch nicht mehr die jüngste ne ich habe mich heute mit einer freundin getroffen wir haben festgestellt dass wir immer älter werden ne es ist alles ist alles nicht mehr das ist die welt verändert sich heute die welt verändert sich sag ich euch naja mit dem auch sein ganz anderes thema da könnte ich auch eine stunde drüber schwabeln raspberry tulips von der wachsmacherei so schauen wir mal und ja der ist schön ja er hat für mich eigentlich schon ein tulpenmoment ist vielleicht ein bisschen süß fruchtiger als ein tulpe aber es ist wahrscheinlich auch durch die raspberry als durch die himmeere die mit dabei ist aber hat für mich auch dieses leicht herbe dieses florale und doch diesen süßen blüten moment aber eben auch so grün als würde man den stängel von der tulpe noch mit riechen ja und so frisch der ist richtig richtig schön und ich denke dass ich mir den bis nächstes frühjahr aufheben werde und da dürfte weil es ist wirklich so ein richtig schöner tulpen frühlings duft wenn so wenn es so langsam grün wird und man so die fenster aufmacht nicht geschafft winter ist vorbei dann da kann ich mir den sehr gut vorstellen dann haben wir hier den pink strawberry mimosa das ist glaube ich irgendwie ein drink oder mimosa keine ahnung ich bin da nicht so in zeit da war mal so eine kleine himbeere drauf könnt ihr das noch erkennen da kann man erkennen und der ist sehr fruchtig und so brausig fruchtig süß zuckrig und sehr brausig spritzig so das ist für mich so ein typischer gute laune küchendorf wenn es irgendwie warm ist und man will so ein bisschen was spritziges ein bisschen was frisches da macht man sich sowas in der küche an so eine süße fruchtige limonade ist das von meiner nase gefällt mir auch sehr gut übrigens auch von der wachsmacher wollte ich das nicht gesagt habe dann haben wir hier von sensi den huckleberry huckleberry sage huckleberry sage ich weiß nicht kennt den auch jemand das ist schon ältere schätze ich vermute mal bei mir sagt er überhaupt nicht zu grünes wachs und der riecht sehr spannend er hat was grünes herbes aber auch was total sanftes und dezentes und parfümiges ja und ich sowas habe florales noch mit dabei ist sehr sehr interessant auf den freue ich mich auch schon sehr würde ich sagen ist eher so so ein küchendürft weil er irgendwie sowas so was frisches grünes noch mit dabei hat mag ich sehr gerne der von sensi der huckleberry sage kenne ich nicht kennt ihr denn dann haben wir hier von sensi den vanilla blackberry ich weiß gar nicht ob ich den habe den vanilla blackberry das ist krass der ist krass beerig und dunkel aber irgendwie hat er was was mich anfixt vielleicht ist es es ist diese säuerliche dunkle beere und dann kommt da aber noch so was süßes was cremiges ach vanille ja irgendwie irgendwie hat er was was mich anfixt weil diese säuerliche note mit dieser cremigkeit ist irgendwie ganz nice und ich bin sehr sehr gespannt wie er warm verformen wird ich habe keine ahnung leute vanilla blackberry hatte ich glaube ich noch nie in meiner lampen dann haben wir hier den moonlit amber and cashmere von goose creek an dem muss ich nicht schnuppern weil den kenne ich das ist das dupe oder die neuauflage von noahs ark das ist ein parfümiger kuscheliger feilchen duft mit so ein bisschen was blütigem noch mit dabei ein bisschen was holziges im abgang sehr sehr schön oh ich sehe gerade mein akku ist alle ich wechsle immer kurz und gleich zurück jedenfalls ist der sehr sehr schön ich liebe diesen duft ich habe ja gerade auch erst das glas von noahs arkler gemacht denn der duft geht immer an alle feilchen mädchen mögen es so meine lieben der akku ist gewechselt ich hoffe es ist okay steht noch einigermaßen gerade was meint er ist in ordnung ne ist okay so als letztes hatten wir den moonlit in cashmere mag ich sehr gerne wie gesagt das glas ist gerade erst bei mir leer gegangen dann haben wir von yankee canad den holiday lights und bei dem war ich ehrlich gesagt super super gespannt weil ich hatte den ja mal und fand den so ein bisschen muffig und total viele haben mir geschrieben nein das ist ein dupe zu la vie belle und eigentlich liebe ich den duft ich hatte doch mal das parfüm und ja hier rieche ich eindeutig die parfüm note raus das andere war wahrscheinlich nicht mehr gut der ist parfümig und feminin und pudrig und bisschen floral irgendwelche blüten keine ahnung welche total schön also den holiday lights wer den günstig abzugehen hat sagen wir mal so für 20 euro ne dann die machine oh mein nas juckt oh mein nas juckt mega duft und auch das label ist so schön ne ich finde das label so mega hübsch so ne kerze hast nur wegen dem label aber der riecht auch richtig schön parfüm nämlich ganz ganz toller duft auf den freue ich mich schon mega vielen lieben dank da war ich es gibt manchmal so düfte über die freut man sich total ne weil ich an dem den schon mal hatte und so enttäuscht war und jetzt konnte ich ihn noch mal anschnuppern und der ist wirklich sehr sehr schön dann haben wir hier von Senti den dancing sugarplum davon habe ich mir noch erzählt ich bin doch nicht doof ne ich bin doch nicht doof so ein bisschen kriegt ihr noch was mit ne der sugarplum dancing sugarplum von Senti ich glaube das war mal so ne le oder oh der riecht auch richtig nice oh riecht der schön oh so ne richtig würzige ja das ist total würzig schwer dunkle flaume fruchtig oh mein gott ist der schön oh so ein richtig schöner herbst winter duft oh der ist der nice oh der ist schön dancing sugarplum gab es denn nicht auch mal so ne so ne handseife und ein duschbad oder irgendwie so irgendwie erinnere ich mich da ganz dunkel an irgendwas richtig richtig schön dancing sugarplum von Senti kann man machen dann haben wir als nächstes von der wachsmacherei whipped mandarin das ist auch noch was guter whipped mandarin schnibbern wir mal dran ne schnibbern ach ja das ist mandarin das ist orangig das ist zitrisch und dann ist da drunter noch so ne süße foodie vanillenote ja lecker ne riecht so ein bisschen wie so ein wie so ein wie so ein wie so ein vanilleeis wie so ein vanille orangeneis kennt ihr dieses von capri dieses creamsicle ach keine ahnung ich hab keine ahnung wie das heißt chemisch da nicht so aus ne dann haben wir aus der wachsmacherei velvet lace und cashmere okay das hört sich nicht schlecht an das hört sich sogar ziemlich gut an wenn ich ehrlich bin guck mal hoppala hilfe 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 oh mein gott ist der schön der ist total parfümig und so ein bisschen mystisch bisschen schwerer feminin auf alle fälle wieder der hat auch so was pudriges und einfach so ein richtig schöner parfüm duft ich liebe so feminine parfüm dufte und der hat noch so ein bisschen so was schwereres dunklereres oh der ist auch richtig richtig nice velvet lace und cashmere schöne kombi richtig richtig schön und dann haben wir noch von goose creek den day in the sun weiß gar nicht hatte ich den schon mal gibt ja auch den toes in the sun oder ach kein in the sand ach keine ahnung ich komme immer durcheinander ja das ist so ein sonnencreme duft das ist so ein sonnencreme duft mit der ganz leicht säuerlichen komponente mit etwas frischem finde ich jetzt aber erstmal gar nicht so schlecht day in the sun ist halt wie so ein sonnencreme duft mag ich den mag ich sehr gerne die werde ich glaube ich mal im badezimmer dufteln ich glaube da passt der für mich ganz gut hin the day in the sun ach seht mal hier haben wir noch eine maske die habe ich euch unterschlagen die ist hier unten reingerutscht und zwar eine tuchmaske von belea set your mind free limited edition mit dem himmlischen duft nach leichtigkeit naja wenn das mal nichts ist dann haben wir hier von wachsmacherei den cozy lavender da ist er das hört sich hört sich gut an das hört sich gut an oh mein gott ja und das ist ein wunderschöner lavendelduft mit so einer leicht säuerlichen kokosnussmilch vielleicht mit irgendwas kuschelig parfümigen ganz leicht maskulin i like was soll ich da sagen danis lavendeldufte sind immer der shit ne das kann ich gar nicht mehr zu sagen ich habe tausend in meinem schrank und sobald sie den neuen rausbringt will ich auch den haben weil es hat ja einfach sowas von drauf ne das soll ich denn das sagen schön sehr schön dann haben wir hier den roses on satin sheets von der lieben bär hört sich auch sehr gut an roses on satin sheets schauen wir mal oh ja das ist so ein richtiger krasser rosen rosenduft der ist bam in your face und dann hat der wirklich noch so eine silky kühle parfümige unternote was wirklich so an satin laken denken lässt ja der hat wirklich so diesen silky unterton mag ich ne ich bin ich bin rosenmädchen durch und durch ne das kann mir gar nicht rose genug sein roses on satin sheets kann man machen ne kann man machen bin ich dabei und dann haben wir hier als letzten duft von der wachsmacherei den pretty in peach ui was war ein was bin ich für das wort spiel ne der pretty in peach schauen wir mal an wie riechst du opala ja Pfirsich aber er hat auch noch was sehr parfümiges mit dabei der Pfirsich ist für mich eher eher unten drunter diese fruchtkomponente und da drüber liegt was sehr parfümiges was feminines was fröhlich helles ja der ist sehr schön der ist sehr schön das ist für mich auch so ein gute laune küchenfrucht duft da mag ich die immer am liebsten keine ahnung die machen mir da irgendwie gute laune wenn ich da rein laufe und das riecht ja irgendwie immer so nach nach frucht oder nach irgendwelchen drinks oder so ich habe ja auch den homemade homemade herb lemonade immer in der küche stehen weil passt für mich perfekt dahin so ihr lieben das war das erste tauschpaket von der lieben jesse vielen lieben dank ich habe mich sehr sehr gefreut richtig geile düfte dabei ich glaube da war jetzt was dabei was mir nicht gefällt ne ich glaube nicht ne hast du meinen geschmack kann man gar nicht anders sagen ne vielen lieben dank so ihr lieben ich packe das jetzt hier mal alles wieder rein damit hier nicht alles nicht alles durcheinander geht ne packen wir mal hier wieder ein zapp zapp das können wir ja auch erst mal einpacken für den moment damit wir hier ein bisschen ein ganz kleines bisschen ordnung schaffen ne bevor wir uns das nächste tausch heranziehen appala und voila da ist das nächste paket was mir schon mal was Nome ist oben sie bestellt auch bei purish die liebe Dani sie hat doch einen Account ja 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 ich bin hier ein bisschen eingesaut bei bei Insta ich kann ihn euch gerne auch unten nennen da in der Infobox verlinken da könnt ihr mal bei ihr vorbeigucken die hat mir auch für ein Zählchen geschrieben das ist mein Zählchen ne der ist für mich ähm wir hatten gesagt wir machen ein kleines äh mini Tauschpaket die hatte mich nämlich angeschrieben als ich euch den Garden by the Sea äh gepostet habe und meinte das meinte hat so mega muffig riecht ne und drüber war und sie meinte der ist so so schön sie hat davon das Glas und hat noch ein Votiv und ähm würde mir das Votiv schicken damit ich mal dran schnubbern kann ne wie der wie der normalerweise riechen soll ich bin sehr sehr gespannt ich hab noch überhaupt nicht an den Düften hier gerochen ne es ist jetzt hier so first impression ähm genau und dann haben wir so ein kleines mini Tauschpaket von 10 Düften vor allem weil sie meinte sie hat auch noch die Duftis getauscht immer nur Kerzen das ist also Premiere ne fangen wir gleich mal mit dem Garden by the Sea an würde ich sagen holen wir das kleine Votiv mal raus ich bin sehr sehr ja das riecht schon ein bisschen was anders das riecht schon ein bisschen was anders ja der riecht süß floral mit so einer frische Luftnote ja der riecht ein bisschen anders als mein als mein leckeres Tarte ne wenn man letztes aufgebrocht gesehen hat erinnert sich vielleicht noch dran ja der riecht schon ein bisschen anders ja der riecht schon ein bisschen anders ich werde den auch ganz bald mal düfteln und euch den mal im aufgebrauchten äh Rückmeldung geben wie ich ihn dann nun im original fand hab ich ihn euch das überhaupt gezeigt Garden by the Sea von Yankee ist nicht mehr im Standardsortiment aber ich glaube man kommt doch ganz okay ran wenn ich das jetzt so richtig auf dem Schirm habe ah dann sehe ich gerade hat sie mir so ein paar Pröbchen hier eingepackt einmal von Paula's Choice von Paula's Choice habe ich bisher noch nichts aber ich habe schon sehr viel Gutes gehört äh Salicyl Acid äh Exfoliant schauen wir mal wie gesagt Elefantenhaut ne verträgt alles äh Moisturizer das kann man doch in Kombinationen bestimmt benutzen oder für abends PM Exfoliate mache ich auch abends for daytime always follow the sunscreen okay das benutzen wir eh immer den sunscreen äh und for daytime always follow the sunscreen okay das ist auf der sicheren Seite ich denke ich werde es mal abends probieren 2% BRH Gel Exfoliant und dann einfach den Moisturizer hinterher knallen von Paula's Choice bin ich sehr gespannt wie gesagt hatte ich noch nichts und zwei Sachen von Purito ich liebe Purito mein letzter cleanser war von Purito und mochte ich super gerne die haben auch eine total schöne Creme ich glaube das ist die sogar hier der Statamine Seeker Berea Sleeping Pack hat die auch mal als Probe ich glaube das ist die sogar ich muss es mal probieren und eine von den Cremes macht nämlich eine total seidenweiche Haut ich weiß aber nicht mehr welche das war und auch wieder Hyaluronsäure geht ja immer ne so ein bisschen die Hyaluronsäure für die Feuchtigkeit geht immer Purito mag ich vielen lieben Dank werde ich bestimmt irgendwann mal nur aufs Face klatschen so ihr Lieben dann machen wir weiter ah was hat sie da und zwar hat sie mir hier den wie heißt denn da nochmal sie hat was rüber geklebt äh der Inhale von Sandy aus der All Is Well Collection weil ich da doch nichts mehr hatte hat sie geschrieben für mein Mix mit Tiger Lily ich liebe diese Kombination ich hatte es ja auch mal bei Insta die habe ich gepostet und hier auch erzählt so einzeln ist der mir zu saunamäßig zu krautig zu grün zu herb zu maskulin aber wenn ich den mit hey Tiger Lily mische Match Made in Heaven ne durch diesen süßen floral fruchtigen Mandarinen Duft ist das so eine tolle Kombination mit diesem grasigen Duft super wenn ihr beide Dufte zuhause habt probiert es mal ich kann jetzt hier wieder Mix & Mingo machen das ist so mega ich liebe die Kombination vielen lieben Dank dann haben wir hier von Wohlfühlmomente den Rhabarber Gin so ein kleines Fläschchen ich mag Alkohol-Düfte von daher denke ich mal dass das mein sein wird oh ja das riecht wirklich nach Gin ne ist ja lustig ich finde es riecht so ein bisschen nach Mojito Rhabarber rieche ich jetzt kalt nicht so viel raus vielleicht ein bisschen was Säuerliches für mich riecht das nach Mojito riecht das richtig geil ich bin so gespannt mal gucken alles gut ja alles sick ich hab sogar ein bisschen spät ne ich muss jetzt immer ein bisschen voran machen die Mama muss gleich los aber wir kriegen das hin ja Rhabarber Gin sehr gut ist für mich Mojito wer den kennt lasst mich das gerne mal wissen ey das gibt's nicht ne von der Wachsmacherei Velvet Lace & Cashmere den hatte ich eben doch von der lieben Jessie bekommen und ich meinte da ja schon dass ich den so mega wie geil habt ihr mir die Beine eingepackt ja aber der schreit doch meinen Namen was soll ich da sagen ne so ein schöner femininer parfümiger Cashmere Duft geil kann ich gleich zusammen knallen sowas mag ich ja weil man gleich ein bisschen Platz sparen kann nebenbei oh der ist aber auch der ist aber auch was schön ne der ist aber auch was schön dann haben wir hier von der Wachsmacherei den Chocolate Layer Cake okay das hört sich schon mal ganz gut an oh Schokopur oh ein richtig leckerer dekadenter Schokoladenkuchen oh Leute ich hab so einen Hunger jetzt mal out of topic ich hab so krassen Hunger ich hatte heute nur ein bisschen Frühstück und ich weiß kennt ihr das wenn ihr so viel quatscht und dann esst ihr und dann quatscht ihr so viel und dann vergeht der Hunger und dann seid ihr satt das war heute morgen das Problem und jetzt ist es was 16.15 Uhr und die Mama hat Hunger ich muss erst mal gleich was essen oh god das dauert aber noch ein bisschen mindestens eine Stunde naja mit dem aus einem mühser bei der hat sich das Mama ich hör den ab jetzt oh rieche ich hier grad diesen geilen Schokokuchen und denke mir so oh jetzt ein Stück Schokokuchen so ein Schokomuffin von Starbucks mit einem fetten Kaffee dazu oh Himmel oh einfach nur feste genug dran riechen dann ist man schon fast ein bisschen satt aber auch nur fast ne nur so fürs Gefühl dann haben wir hier von der Wachsmacherei die Pink Sugar Milk oh ja ich glaub davon hab ich auch was oder ja das ist einfach Pink Sugar Milk ist einfach ein oh mein Gott der ist so schön der ist einfach ein richtig schöner milchiger Duft mit so was leicht säuerlich Joghurtartigem und dann super zuckrig super süß einfach so yummy wie so eine richtig süße gezuckerte pinke Milch wenn das in irgendeiner Art und Weise Sinn macht ich mag ja keine Milch trinken nur im Kaffee aber der Geduft ist traumschön aber ist ja bei mir oft so dass ich irgendwas gerne rieche genauso wie Milchreis aber niemals essen würde dann haben wir hier von Wachsmacherei Les D'Ombre keine Ahnung irgendwas französisches vielleicht Les D'Ombre keine Ahnung ich bin ja da nicht so oh der ist ganz schön der ist ganz schön schwer dunkel mystisch holzig ich weiß gar nicht ist der unbedingt maskulin könnte wie so ein Unisex Parfum sein oh aber sehr schwer sehr dunkel sehr holzig da weiß ich noch nicht ob ich den Düfteln werde oder weitergebe weil der ist schon boah der ist oh der riecht auch ordentlich intensiv ne der riecht auch richtig ordentlich äh intensiv liest drum überhaupt nix mir gar nix dann haben wir hier von chestnut toes in the sand kenne ich auch noch nicht schauen wir mal oh der riecht gut ist auch wieder so ein sonnencremenduft aber orangiger cremiger der riecht auch so ein bisschen nach äh äh kokosnussmilch weil das so was säuerliches hat boah der riecht richtig gut der toes in the sand ich hoffe dass er intensiv ist es ist ja bei chestnut immer so ein bisschen mein Problem aber hier aus dem Tütchen riecht der sehr intensiv also drücken wir mir alle mal die Daumen ne weil der riecht kalt richtig gut dann habe ich hier von goose creek den caramel apple lane hatte ich den schon mal ich glaube den kenne ich noch gar nicht den caramel apple lane erinnert mich hier an meinen apple cheesecake von goose creek weil es die gleiche wachsfarbe hat und der riecht so leute jetzt mal jetzt mal butter bei der fische mhm mhm also sie sind sehr 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 ähnlich auf den ersten und zweiten schnupp würde ich sagen ist der gleiche duft ist der gleiche duft aber der hier ist ein bisschen abflieger ein bisschen grüner und hat noch so leicht würzige note dabei und der hier ist da kommt mehr der der cheesecake durch dieser leicht säuerliche Kuchen Teig vom cheesecake und dann der Apfel die sind sehr sehr ähnlich wer den hier liebt wird den hier auch mögen mhm mhm den muss ich unbedingt probieren ich liebe ja so eine foodigen kurigen Apfel Düfte ich liebe ja auch so apple pie Düfte oh mein Gott der könnte mir richtig gut gefallen geht zwar fast genau in die gleiche Richtung aber ist egal ich liebe einfach dieser säuerliche Käsekuchen da drin mhm ich liebe es ich liebe es ganz ganz große Empfehlung von mir an euch ey einer der schönsten Düfte von Goose Creek ohne Witz für mich einer der schönsten Foodi Düfte von Goose auf alle alle Fälle der ist so genial der ist so genial schön und der ist ja aber wie gesagt der ist grüner abflieger und ein bisschen würziger aber der ist eher so die Herbst Variante von dem hier der geht für mich das ganze Jahr über mhm das ist nice ne Caramel Apple Lane kann in den letzten Herbst Düften raus sag mal kann das sein mhm I like I like very much ne wisst ihr Bescheid Mocki und dann haben wir den letzten Duft von Beers Wax Bakery den How Long Is Forever wuhh wie tiefgründig ne mhm sowas mag ich ja ein kleines Bunny ein kleiner Bunny Hase schnuppern wir mal an dir na wirst du wohl aufgehen mhm okay was bist du was pudrig cremiges parfümig feminin ich glaub sie hat mir sowas eingepackt weil ich halt sowas mag hm 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 ja parfümig pudrig feminin blüten vielleicht auch ein bisschen feilchen kann das sein irgendwie sowas auch wohl feilchen weiß ich gar nicht genau aber doch könnte feilchen sein irgendwas so in die Richtung ja sorry ich hab mich manchmal ne dann überlege ich und versuche mich irgendwie dran aber komme ich jetzt nicht drauf an irgendwas erinnert der mich how long is forever auch ein sehr schöner parfümiger duft mag ich ja liebe Dani vielen lieben dank für das tolle Paket sehr schöne Düfte dabei richtige wie gesagt hier bei dem Caramel Apple Lane da muss ich mal gucken da muss ich mal düfter und da muss ich mal gucken ob ich davon nicht ein bisschen mehr brauche ne hier bei dem chocolate layer cake muss ich auch packen dass ich nicht gleich schreiben weiß ne dass ich die nicht verputze in meinen Teilchen und hier den lace werde ich gleich ähm ähm zu jessies äh düften mit dazu packen dann habe ich die beide auf einem auf einem auf einem Fleck ist der wo fein ne wo ist er jetzt hin eieieiei wo ist er denn jetzt hin hä bin ich doof wartet mal das müssen wir jetzt ach da ist es okay alles gut ich habe den schon mal zusammengelegt dass ich es nicht vergesse okay lieben das waren meine beiden tauschis die so in letzter Zeit bei mir eingetrudelt sind ich finde sehr sehr schöne Düfte was meint ihr seht ihr genauso wenig ne also mir gefallen sie sehr sehr gut werde ich mit Freuden verdüfteln ja mir habe ich eigentlich gar nichts zu sagen ich hoffe ihr hattet Spaß beim Video ich hatte meinen Spaß Troschpakete auspacken macht mir immer Freude ne ihr werdet das kennen alle Duftnasen packen ja mit vorliebe Duftpakete und bekommen auch welche von da ist es immer toll deinen unbekannten Düften zu schnuppern ja dann machen wir hier Schluss passt gut auf euch auf lasst es entspannt angehen lasst euch nicht stressen bleibt gesund und dann würde ich sagen sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder macht es gut Tschüssi